Bhagavad Gita, Vers 4.27 Diejenigen, die an Selbstverwirklichung durch Kontrolle von Geist und Sinnen interessiert sind, opfern sowohl die Funktionen ihrer Sinne als auch die Lebenskraft, Atem, im Feuer des kontrollierten Geistes. Erklärung Hier wird das von Patanjali entworfene Yoga-System erwähnt. Im Yoga-Sutra des Patanjali wird die Seele Pradyak-Atma und Parag-Atma genannt. Solange die Seele am Sinnesgenuss haftet, wird sie Parag-Atma genannt. Die Seele ist in Wirkungsweisen von zehn Luftarten unterworfen, die im Körper wirken und durch den Atemvorgang erfahren werden. Das Yoga-System des Patanjali unterweist uns, wie man die Wirkungsweisen der Luft im Körper in technischer Weise kontrollieren kann, sodass letztlich alle Funktionen der inneren Luft dazu benutzt werden können, die Seele von aller materieller Anhaftung zu reinigen. Nach diesem Yoga-System ist Pradyak-Atma das endgültige Ziel. Dieses Pradyak-Atma bedeutet, sich von Aktivitäten in der Materie zurückzuziehen. Die Sinne stehen mit den Sinnesobjekten in einer Wechselbeziehung. Das heißt, die Ohren hören, die Augen sehen, die Nase riecht, die Zunge schmeckt, die Hand berührt und so sind alle Sinne mit Aktivitäten außerhalb des Selbst beschäftigt. Sie werden Funktionen der Pranavayu genannt. Wenn man erleuchtet ist, verwendet man all diese Luftarten zur Suche nach Selbstverwirklichung.